Das Departement Isère liegt im Südosten Frankreichs und besteht aus 29 Kantonen. Die größte Stadt in Isère ist Grenoble. In einem Zeitraum von 16 Jahren, zwischen 1980 und 1996, haben sich in Isère zwölf mysteriöse Vorfälle ereignet, von denen die meisten bis heute nicht aufgeklärt werden konnten und die möglicherweise miteinander in Zusammenhang stehen. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am 25. Mai 1980 verschwindet der 13-jährige Philipp Pignot in dem kleinen Ort La Morte. Zuletzt wird er am Skiresort L'Alpe du Grand Serre gesehen. Philipp und seine Familie leben eigentlich im drei Stunden entfernten Matiges und waren vermutlich auf einem Ausflug oder im Urlaub in La Morte. Bis heute wurde kein Hinweis auf seinen Verbleib gefunden. Drei Jahre später, am Abend des 17. März 1983, macht sich der sechs Jahre alte Ludovic Janvier gemeinsam mit seinem acht Jahre alten Bruder Jérôme und ihrem zwei Jahre alten Bruder Nicolas auf den Weg, um Zigaretten für ihren Vater zu holen. Ihre Schwester feiert an diesem Tag ihren fünften Geburtstag und bleibt zu Hause. Sie leben in Saint-Martin-des-Rès am Ortsrand von Grenoble. Sie sind erst einen Monat zuvor dorthin gezogen und leben gemeinsam mit der Familie des Bruders des Vaters. Der Weg zum Laden ist nicht weit, doch als sie zwischen halb sieben und viertel vor acht auf dem Rückweg sind, am Place de la République, treffen die drei Jungs auf einen fremden Mann, der ein Overall, Arbeitsstiefel und einen Helm trägt. Er sagt zu den Brüdern, dass er seinen Hund verloren hätte und bittet sie, ihm suchen zu helfen. Jérôme stimmt zu und der Mann schlägt vor, dass Jérôme mit dem zweijährigen Nicolas in der einen Richtung suchen solle, während er mit Ludovic in die andere Richtung gehen würde. Eine Weile später können Jérôme und Nicolas den Mann und ihren Bruder nicht mehr finden. Jérôme kann eine sehr genaue Beschreibung des Mannes abgeben, doch die Suche der Polizei ergibt nichts. Sie halten sogar Ludovics Vater für verdächtig und unterstellen ihm, seinen Sohn verkauft zu haben. Wie in weiteren Ermittlungen bestätigt wird, hatten diese Mutmaßungen aber keinerlei Grundlage. Noch im gleichen Jahr ruft eine nicht identifizierte Person beim Gericht in Grenoble an und sagt, Ludovic sei in der Obhut eines Paares und es würde ihm gut gehen. Die Polizei geht dem Anruf allerdings nicht weiter nach. Knapp vier Monate später, am 9. Juli 1983, verschwindet der sieben Jahre alte Gregory de Brülle, als er in der Rue Adrien-Ricard in Grenoble direkt vor seinem Haus spielt. Er wird am nächsten Tag gefunden, und zwar an einer Straße, an einer Müllkippe im 20 Kilometer entfernten Pomiela Placet. Er hat eine schwere Kopfverletzung, sein Schädel ist gebrochen, doch er überlebt den Vorfall. Später beschreibt er den Tag der Tat. Er sagt, er hätte vor dem Haus gesessen und auf seinen Halbbruder gewartet, der noch im Haus beim Essen war. Dann hätte ein Auto vor ihm angehalten. Ein Mann fragt ihn nach dem Weg und bittet ihn, bei ihm einzusteigen, um ihm den Weg zu einer nahegelegenen Straße zu zeigen. Gregory steigt ein, da er den Mann bis dahin nicht unheimlich findet und ihm helfen will. Doch der fährt sofort mit dem Wagen los, und einige Straßen weiter zwingt er Gregory, sich in den Beifahrerfußraum zu setzen, damit ihn niemand im Auto sieht. Er fährt mit ihm in den Wald, wo er ihn zu einigen Handlungen zwingt. An den Angriff direkt, bei dem er am Kopf verletzt wird, kann Gregory sich nicht erinnern. Als der Täter ihn zurücklässt, nimmt er vermutlich an, dass der Junge tot ist. Die Müllkippe, auf der er ihn liegen lässt, sei nur Ortskundigen bekannt gewesen. Am nächsten Tag wacht Gregory auf und schleppt sich selbst bis zur nahegelegenen Straße, wo er gefunden wird. Er beschreibt den Täter als Mann um die 30 mit ungepflegtem Erscheinungsbild und einem Herztattoo auf dem rechten Arm. Die Polizei fahndet nach einem Mercedes-Fahrer, doch Gregory selbst kann damals keine genaue Automarke nennen. Jahre später ist er allerdings überzeugt davon, dass der Mann ein Renault gefahren hätte. Auch sein Fall wird ungelöst geschlossen, ohne dass DNA-Spuren sichergestellt werden, obwohl seine Mutter sagt, dass die Polizei einige Beweismittel, wie zum Beispiel einen Stein, mit dem Gregory niedergeschlagen wurde, sichergestellt hätte, sowie eine Sandale, und beides sei voller Blut gewesen. Am 23. Mai 1985 werden am Bergmassiv Verkorn in einer Höhle menschliche Knochen gefunden. Die Untersuchungen ergeben, dass sie von einem Jungen im Alter von etwa sechs Jahren stammen, der bereits seit mehreren Jahren tot sein muss. Sein Schädel wurde zertrümmert. Die Ermittler können damals offenbar keine geeigneten DNA-Proben nehmen lassen, um festzustellen, wer das Kind ist, da die technischen Mittel fehlen. Das Opfer kann nie identifiziert werden. Vermutungen gehen dahin, dass es Ludovic Jean V. sein könnte, doch es kann weder bestätigt noch widerlegt werden. Am 27. Juni 1985 spielt die fünfjährige Anissa Wadi in Grenoble vor ihrem Haus mit ihren 13 und 14 Jahre alten Geschwistern. Anissa hat eine starke Hörbehinderung und soll auch sehr wenig gesprochen haben. Ihre beiden älteren Geschwister gehen vor ihr ins Haus zurück und anschließend ist Anissa verschwunden. Ihre Leiche wird am 10. Juli am 50 Kilometer entfernten Staudamm von Beauvoir gefunden. Sie ist erdrosselt worden, bevor sie ins Wasser geworfen wurde. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden nach einer Weile komplett eingestellt. Zwei Jahre später, Am 8. Juli 1987 gegen 1 Uhr mittags erklärt sich die 10 Jahre alte Charassé Bendoujoum aus Bourgois-Jalieu bereit, den Müll nach unten zu bringen. Ihre Mutter erlaubt ihr, danach unten vor dem Mehrfamilienhaus zu spielen. Eine halbe Stunde, nachdem sie die Wohnung verlassen hat, zieht ein Sturm auf und Charassés Mutter wundert sich, dass sie nicht wieder nach oben kommt. Als sie sie nicht unten findet, beginnt sie, gemeinsam mit Charassés acht Brüdern und Schwestern, das Mehrfamilienhaus zu durchsuchen und bei den Nachbarn zu klopfen. Keiner hat das Mädchen gesehen. Anschließend suchen sie draußen die Umgebung ab. Nach einigen Stunden rufen zwei ihrer Brüder von einer Telefonzelle aus die Polizei an, doch sie nehmen die Jungs nicht ernst und denken, sie erlauben sich einen Spaß. Erst abends um halb sieben, nachdem Nachbarn erneut die Polizei verständigt haben, beginnen sie eine erfolglose Suche nach dem Kind. Es wird nichts gefunden und die weiteren Ermittlungen verlaufen schleppend. Einem interessanten Hinweis wird von der Polizei nicht wirklich gründlich nachgegangen. Eine Frau meldet sich bei ihnen, sagt aber ihren Namen nicht. Sie behauptet, ein 44 Jahre alter Bekannter von ihr hätte zu ihr gesagt, dass er mehrere Mädchen in der Region entführt hätte. Auf weitere Nachfragen möchte die Frau dann plötzlich nicht mehr eingehen. Die Ermittler erfahren noch von ihr, dass der 44-Jährige im Krieg in Algerien gedient hätte, aber den Namen des Mannes nennt sie nicht. Anhand ihrer Angaben können 20 Männer in der Gegend ermittelt werden, deren Alter passt und die im Krieg in Algerien gewesen sind, doch nur 10 von ihnen werden befragt und dann werden die Ermittlungen in diese Richtung nicht mehr weitergeführt. Zwei Jahre nach Charassis Verschwinden wird ihr Fall ungelöst geschlossen, ohne dass ihre Familie darüber benachrichtigt wird. Ferousé, Charassis anderthalb Jahre ältere Schwester, die eigentlich an dem Tag den Müll runterbringen sollte, als sich Charassi freiwillig gemeldet hat, findet erst im Jahr 2003 heraus, dass überhaupt keine Ermittlungen mehr stattgefunden haben. Am 3. August 1988 kommt die 15-jährige Nathalie Boyer aus Villfontaine nicht nach Hause. Als ihre Eltern zur Polizei gehen und erklären, dass sie sich kürzlich scheiden lassen haben und Nathalie deswegen rebellisch gewesen sei, nehmen die Ermittler an, dass sie freiwillig weggelaufen ist. Doch sie wird am nächsten Tag von einem Bahnmitarbeiter in der Nähe der Gleise in Saint-Contin-Fallavilliers gefunden. Ihre Kehle wurde durchgeschnitten. Es wird überprüft, ob sie dem berüchtigten Serienmörder Mikel Fournieré zum Opfer gefallen sein könnte, der elf Mädchen in Frankreich und Belgien umgebracht hat. Doch es kann nicht nachgewiesen werden, dass er mit dem Vorfall etwas zu tun haben könnte. Am 13. Januar 1989 verschwindet der zwölfjährige Fabrice Ladoux aus Grenoble auf dem Weg zur Schule. Er wird zwei Tage später tot, mit einer Kopfverletzung, in einer Schlucht, in Caisson-Chantreux gefunden. Eine DNA-Spur des mutmaßlichen Täters kann sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt zunächst einen Nachbarn als Tatverdächtigen, doch die DNA-Spur stimmt nicht mit seiner überein. Auch weitere Kriminelle, deren DNA getestet wurde, scheiden als Täter aus. Im Jahr darauf, am 3. August 1990, verschwindet der acht Jahre alte Rachid Bouzian, als er vor seinem Mehrfamilienhaus in Eschirol am Rand von Grenoble spielt. Zwei Tage später wird seine Leiche gefunden, die in einer nahegelegenen Mietgarage liegt und in eine Decke eingerollt ist. Er ist erdrosselt worden, doch sein genauer Todeszeitpunkt kann nicht festgestellt werden, da die Leiche bereits starke Verwesungsspuren hat. Daher nehmen die Ermittler an, dass seine Leiche am Tag zuvor noch nicht in der Garage war, sondern an einem Ort mit wesentlich höheren Temperaturen gelagert wurde, wie zum Beispiel im Kofferraum eines Wagens oder auf einem Balkon, der in der Sonne war. Nach Ermittlungen im direkten Umfeld des Jungen gesteht ein Nachbar, Karim Katefi, knapp drei Wochen später die Leiche des Kindes in die Garage gebracht zu haben. Er behauptet, sein Bruder Kamel hätte den Jungen umgebracht. Dies sieht die Polizei allerdings anders. Kamel kann nichts nachgewiesen werden und Karim selbst wird für die Ermordung des Kindes zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Allerdings wird nicht überprüft, ob er mit den Fällen der anderen Kinder in Verbindung stehen könnte, da den Ermittlern zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Idee gekommen ist, dass es eine Verbindung zwischen den Fällen geben könnte. Am 16. April 1991 verschwindet die sechs Jahre alte Sarah Siad aus Vorrep. Ihre Leiche wird in einem nahegelegenen Wald gefunden, nur wenige hundert Meter von ihrem Zuhause entfernt. Auch sie ist erdrosselt worden. Auf einer Packung Taschentücher, die bei der Leiche gefunden wird, kann die Polizei einen Fingerabdruck feststellen. In der folgenden Zeit geben über 450 Personen aus Vorrep ihre Fingerabdrücke ab, doch der des Täters ist nicht dabei. Der nächste Vorfall geschieht erst fünf Jahre später. Am 19. Juni 1996 ist der sechs Jahre alte Leo Bali mit seinem Vater und drei Freunden des Vaters beim Campen am Taifa Bergmassiv in der Nähe des Furschuhsees. Gegen halb sechs am Abend gehen die drei Freunde des Vaters los, um Wasser von einem etwa ein Kilometer vom Camp entfernten Wasserfall zu holen. Leo begleitet sie, doch er überlegt es sich unterwegs anders. Die drei Männer lassen ihn alleine zum Camp zurückgehen, wo sein Vater ist, doch Leo kommt nicht dort an. Umfangreiche Suchen in der ganzen Bergregion finden statt, doch es kann keine Spur des Jungen gefunden werden. Zeugen berichten, in der Gegend an dem Tag ein Auto mit einem Nummernschild aus Busch-Duron gesehen zu haben, doch die Polizei kann den Fahrern nicht ermitteln. Es wird vermutet, dass Leo einen Unfall gehabt haben könnte, doch da bis heute nichts gefunden wurde, was darauf hinweist, können auch andere Szenarien nicht komplett ausgeschlossen werden. Am 24. November 1996 verschwindet die zehn Jahre alte Saida-Berg, die ebenfalls wie Sarah Siad aus Vorrep kommt. Ihre Leiche wird zwei Tage später am Rand eines Kanals gefunden und sie ist ebenfalls erdrosselt worden. Zeugen sagen aus, dass sie das Mädchen zuvor in Begleitung eines Jugendlichen gesehen hätten, der ein Fahrrad dabei hatte. Dieser Jugendliche kann jedoch zunächst nicht ermittelt werden. DNA-Material kann auch kein sichergestellt werden. Dies sind alle Fälle, die unter dem mysteriösen Verschwinden von Kindern aus dem Gebiet Isser zusammengefasst werden. Bei den damaligen Ermittlungen sind lange Zeit alle Fälle getrennt behandelt worden und es hat bis um das Jahr 2000 herum gedauert, bis ein Anwalt, der mehrere der betroffenen Familien berät, festgestellt hat, dass möglicherweise Verbindungen zwischen den Fällen bestehen. Erst eine ganze Weile danach, im Jahr 2008, wird eine Sonderermittlungsgruppe gebildet, die sich ausschließlich mit diesen Fällen beschäftigt. Allerdings sind viele der damals sichergestellten Beweismittel nicht mehr vorhanden. Auch die Akten im Fall von Ludovic, im Fall von Gregory und im Fall des unidentifizierten Jungen in der Höhle sind spurlos verschwunden. Darüber hinaus sind die Überreste dieses unidentifizierten Jungen inzwischen genau wie viele weitere Beweismittel aus den anderen Fällen im Jahr 1998 per Gerichtsbeschluss vernichtet worden. Dies macht es später natürlich unmöglich, doch noch die Identität dieses Jungen festzustellen oder zu klären, ob es nun Ludovic gewesen ist. Die neuen Ermittlungen bringen nicht viel Neues ans Licht und werden im Jahr 2014 wieder eingestellt, ohne dass die betroffenen Familien benachrichtigt werden. Einige von ihnen erfahren dies kurze Zeit später in einem Radiobericht. Im Jahr 2010 erscheint Jerome, der ja mit dabei war, als sein Bruder Ludovic im Jahr 1983 verschwunden ist, im Fernsehen, um über den Fall seines Bruders zu reden. Daraufhin erhält die Familie einen Hinweis von einer Krankenschwester, die sagt, dass sie sicher sei, Ludovic in einem Krankenhaus in Reims gesehen zu haben. Ihr seid Jerome im Fernsehen aufgefallen, da er so eine große Ähnlichkeit zu dem jungen Mann im Krankenhaus gehabt hätte. Doch auch dieser Hinweis wird von der Polizei nicht weiter verfolgt, genauso wie der damalige Anruf der anonymen Person beim Gericht, die behauptet hatte, dass Ludovic in der Obhut eines Paares sei. Dann, im Jahr 2013 gibt es einen Durchbruch im Fall von Sarah Siad. Der 37-jährige George Pui wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen und seine Fingerabdrücke werden genommen. Sie stimmen mit dem auf der Taschentuchpackung überein, die bei Sarahs Leiche gefunden wurde. George ist damals zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt gewesen. Allerdings beteuert er zunächst, Sarah nicht umgebracht zu haben und denkt sich verschiedene Szenarien aus, wie sein Fingerabdruck auf die Packung Taschentücher gekommen sein soll. Schließlich behauptet er, dass er einige Dinge mit Sarah gemacht hätte, sie allerdings lebendig zurückgelassen hätte und sie niemals von 13 Jahren Gefängnis, da er zum Zeitpunkt der Tat erst 15 Jahre alt war. Doch die Ermittler überprüfen ebenfalls einen Zusammenhang zum Tod von Saida Berg, die ja ebenfalls aus Vorrep kam. Im Jahr 2006, zehn Jahre nach ihrem Mord, ist es gelungen, doch noch DNA des mutmaßlichen Täters an ihrer Kleidung sicher zu stellen. Bei einer Überprüfung ergibt sich ebenfalls ein Match mit George Pui. Bei ihrem Mord war er 21 Jahre alt, doch die Tat streitet er entschieden ab. Aufgrund des DNA Beweises wird er jedoch für den Mord an ihr zu 30 Jahren Haft verurteilt. Nach dem unermüdlichen Engagement ihrer Familien werden im Jahr 2015 die Fälle von Charassé Bendoyum und Gregory noch keine DNA Proben genommen werden, da die damaligen Beweismittel wie zum Beispiel der Stein und die Sandale nicht von der Polizei aufbewahrt wurden. Abgesehen davon gibt es in seinem und auch in mehreren der anderen Fälle offenbar neue Zeugenaussagen mit interessanten Hinweisen, die aber bislang nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden. In den Fällen von Gregory und Ludovic wurde der Schweizer Serienmörder Michel Péry überprüft, der wegen des Mordes an fünf Jungen zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, vermutlich aber sogar elf Jungen umgebracht hat. Seine Opfer waren überwiegend Jungen, die per Anhalter unterwegs waren. Eine Beteiligung bei den Fällen von Gregory und Ludovic konnte ihm bislang nicht nachgewiesen werden, doch er scheidet offenbar als Verdächtiger in den beiden Fällen immer noch nicht aus. Gregory de Brühl selbst, der auch als Erwachsener noch mehrfach über den Vorfall berichtet hat, sagt, dass er der Annahme ist, dass es einen Täter gibt, der die Mädchen umgebracht hat und einen weiteren, der für die Fälle der Jungs verantwortlich ist. Sarah Siad und Saida Berch aus Voreb wurden also von George Pui umgebracht. Sie stehen also vermutlich nicht mit den anderen Fällen in Verbindung. Im Fall Rashid Boussia wurde Karim Katefi verurteilt. Alle der anderen neun Fälle sind immer noch ungelöst. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass Gregory de Brühl, Ludovic Chauvier, Charassé Bendoujo und möglicherweise auch Fabry Ladoux vom gleichen Täter angegriffen wurden. Die Taten von Gregory, der mit einem Schädelbruch überlebt hat und Fabrice, der mit eingeschlagenem Schädel nur wenige Kilometer von dem Ort gefunden wurde, an dem Gregory zurückgelassen wurde, ähneln sich tatsächlich sehr stark. Ludovic und Charassé hingegen wurden ja nie gefunden. Charassé ist auch das einzige Mädchen in dieser Gruppe. Warum Anissa Guadi von den Ermittlern in dieser Gruppe wahrscheinlich zusammenhängender Vorfälle nicht genannt wurde, bleibt fraglich, denn die Situation ihres Verschwindens ähnelt der von Charassé ja schon sehr und auch bei Gregory war es ähnlich, alle drei wurden quasi direkt vor ihren Häusern entführt. Ludovic, der entführt wurde, als er mit seinen Brüdern unterwegs war und Gregory wurden beide von den Tätern um Hilfe gebeten. Dann gibt es ja noch den Knochenfund in der Höhle. Dem Jungen wurde ebenfalls der Schädel zertrümmert, was auch mit den Fällen Gregory und Fabrice übereinstimmt. Was wurden, alle nur ein oder zwei Tage nach ihrem Verschwinden entdeckt wurden. Das heißt, sie sind nicht vergraben oder irgendwie besonders gut versteckt worden. Lediglich die Knochen in der Höhle lagen bereits länger dort, während vier weitere Kinder bis heute komplett verschwunden geblieben sind. Falls es sich bei allen Fällen um den gleichen Täter handelt, kann er dann in vielen Fällen so nachlässig sein und die Leichen einfach liegen lassen und in anderen Fällen so gründlich, dass die Leichen nie gefunden werden oder ist das lediglich Zufall? Ein weiteres Detail, das einige der Kinder verbindet, ist, dass viele von ihnen in ähnlichen Behandlungen waren. Sowohl Gregory als auch Anissa waren in Behandlung bei Orthoptisten, das sind Ärzte für Sehstörungen wie zum Beispiel Schielen und so weiter. Anissa hatte außerdem die schwere Hörbehinderung. Charassé soll wegen Stottern in Behandlung gewesen sein. Ludovic, der ja mit der Familie seines Onkels im gleichen Haushalt lebte, hatte einen Cousin, der ebenfalls bei einem Orthoptisten in Behandlung war. Ob die anderen der Kinder ähnliche Probleme hatten, ist nicht bekannt und vermutlich ist dies reiner Zufall. Aufgrund der unterschiedlichen Wohnorte der Kinder ist auch davon und wenn dies tatsächlich irgendetwas mit den Vorfällen zu tun hat, müsste der Täter ja im Vorhinein bereits über die Kinder Bescheid gewusst haben und seine Taten ganz konkret geplant haben, was irgendwie abwegig erscheint, denn er hätte die Häuser der Familien ja tagelang beobachten müssen, um das richtige Kind alleine vor dem Haus zu erwischen. Allerdings gibt es in Ludovics Fall in einigen Artikeln die Behauptung, dass der Täter die Jungs mit ihren Namen angesprochen hätte. In anderen Berichten wird davon allerdings nichts erwähnt, so dass es schwer zu sagen ist, ob diese Information zuverlässig ist. In den verschiedenen Berichten über die ganzen Fälle gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die in verschiedenen Artikeln unterschiedlich dargestellt werden. Zum Beispiel soll der Täter Ludovic und seinen Brüdern speziell gesagt haben, dass sein vermisster Hund ein Schieren Loop sei, also ein Hybride aus einem Wolf und einem Hund. Im Gegensatz dazu erzählt der Inhaber des Tabakladens, in dem die Jungs waren, in einem Interview, dass der Mann mit den Jungs einen kleinen Hund gesucht hätte. Der Vorfall mit Leo Balli, der in den Bergen beim Campen verschwunden ist, ist schwer mit den anderen in Verbindung zu bringen, da er ja nicht wie alle anderen in einer Alltagssituation verschwunden ist, sondern bei einem Ausflug. Eher unwahrscheinlich, dass ein Mörder oder Serienmörder in einem einsamen Berggebiet versucht, ein Kind zu entführen. Also abgesehen von dem ersten Vorfall, bei dem der 13-jährige Philipp Pignon in der Nähe von einem Skiresort verschwunden ist. Leider gibt es zu schwer einzuordnen, sie war älter als die anderen Opfer und ihr wurde die Kehle durchgeschnitten, was bei keinem der anderen Kinder der Fall war. In mehreren der Fälle laufen also inzwischen wieder Ermittlungen und auch mindestens neun weitere Serienmörder, die sich bereits im Gefängnis befinden, sollen zu den Fällen befragt worden sein. Die verschwundenen Akten im Fall Ludovic, Gregorim und im Fall des unidentifizierten Jungen in der Hülle sind vor kurzem plötzlich wieder aufgetaucht. Sie waren falsch nummeriert und einsortiert. Auch wenn nach so langer Zeit sicher nicht mehr alle der Fälle zweifelsfrei geklärt werden können, kommt vielleicht bei einigen doch noch ein Durchbruch, nachdem damals bei den ersten Ermittlungen offenbar viele Chancen, etwas herauszufinden, nicht genutzt worden sind. Was denkt ihr, stehen die Fälle in einem Zusammenhang? Oder lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, ein Like dazulassen, falls euch das Video gefallen hat, denn dadurch wird das Video mehr Leuten vorgeschlagen, die es dann auch sehen können. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanal Mitgliedschaft nach. Dankeschön fürs Bis zum nächsten Mal.